hallo meine freunde ich bin es wieder kb 13 und diesmal will ich erklären wieso es so heißt also das kb 13 ist eine abgekürzung für kevin bs also ich heiße so und dann noch die 13 weil ich werde 13 deswegen ja eigentlich noch zwölf jahre alt aber weil ich am 19 11 geburtstag habe während der 13 genau von heute 22 tagen und deswegen heiße so